Dann offen, ne? Wenn man sitzt, ist das ja gewöhnlich so. Zu machen, okay? Macht man ja sitzend eigentlich nicht, aber gut. Jan, Landtagsabgeordneter, Betriebswirt, 43 Jahre. Ja. Zutiefst. Um Ihre Botschaften rüberzubringen. Hängt vom Anlass ab, aber prinzipiell ja. Dann beschäftige ich mich mit meiner Familie, mit meiner Partnerin und treibe Sport. Irgendwo wahrscheinlich schon. Nein. Ich bin goldrichtig bei der AfD. Weil die AfD die Partei ist, die ich mir eigentlich schon seit meinem 16. Lebensjahr wünsche. Und weil sie die Lösungen für unser Land anbietet. Von Manowar, Kings of Metal. In eine gutbürgerliche, deutsch-mediterrane Küche. Ganz klar, Grillteller, ein bisschen Salat könnte aber schon dabei sein. Die menschlichen Kontakte mit den Bürgern, mit den Mitgliedern, mit meinen Freunden. Nein, wenn man sich meinen Bart anschaut, bin ich schon ein alter weißer Mann. Da stehe ich also dazu. Kurz gemacht, gesagt, ich möchte Deutschland retten. Ich möchte dazu beitragen, dass eine Politik für unser Land und für unsere Bürger gemacht wird. Hat bald keins mehr. Bekommt natürlich Grün. Hätte ich vielleicht Geschichte studiert. Mike Tyson. Da bleibe ich lieber allein. Am meisten nervt mich, dass eigentlich gar nicht wirklich inhaltlich diskutiert wird. Dass auf unsere Themen wirklich nicht eingegangen wird. Ich habe darauf Bock, weiterhin gute Politik zu machen, die AfD noch stärker zu präsentieren, noch mehr umzusetzen. Jan, Landtagsabgeordneter, Betriebswirt, 43 Jahre.